Es ist Freitag, eine Woche geht zu Ende. Eine Woche, in der wir mit neuen Verordnungen zu leben haben. Vieles hat sich in unserem Leben verändert. Grund genug, mit dem Karlsruher Oberbürgermeister Dr. Frank Mendrup darüber zu sprechen, was sich in dieser Woche ereignet hat, wie seine Bilanz ausfällt und was für die nächsten Tage zu erwarten ist. Ja, erstmal wichtig, glaube ich, dass wir eine Woche haben ohne neue Verordnungen, sondern wir haben jetzt eine stabile Situation, die regelt, wer wann wie sich außerhalb aufhalten darf, mit wie vielen Personen. Die Menschen haben sich schon am letzten Wochenende gut darauf eingestellt und so ist es auch die Woche über geblieben. Also ein gewisser Ruhezustand in einem Ausnahmezustand, so würde ich das Ganze mal beschreiben. Besonders interessiert uns ja auch immer die Situation in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Da wird viel umstrukturiert, da wird Personal neu organisiert und man stellt sich darauf ein, dass die Zahl der behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten in den Kliniken zunimmt. Darauf sind die Kliniken ausgerüstet. Schwierigkeiten macht nach wie vor ausreichend Schutzkleidung und Masken, vor allem für die Pflegeheime zu bekommen, in denen es ja zunehmend auch positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner gibt. Das ist noch ein gewisses Problem und da tun die Anregungen etwa der Bundesärztekammer nicht sehr gut zu sagen, jetzt sollen noch alle normalen Menschen immer eine Maske aufhaben, weil wir erstmal diese Bedarfe decken müssen, bevor wir dann an uns denken können. Denn hier geht es um das konkrete Überleben auch vor allem älterer Mitbürgerinnen, aber auch um das Ansteckungsrisiko für das mit ihnen betraute Personal. Die beiden angekündigten Fieberzentren im Landkreis und im Stadtkreis sind jetzt seit wenigen Tagen am Start. Hier wird in Abstimmung mit den Hausärzten geklärt, dass fiebernde Patienten nicht den Weg in die Hausarztpraxis nehmen, sondern sich im Fieberzentrum erstmal anbehandeln und diagnostizieren lassen, um ein bisschen eine Patientenverteilung für die Hausärztinnen und Hausärzte hinzubekommen, die ihnen den Praxisbetrieb erleichtern soll. Ganz positiv von unseren drei Patientinnen und Patienten aus dem Elsass haben sich zwei schon so gut erholt, dass darüber nachgedacht werden kann, sie von der Intensivbeatmung herunterzunehmen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, was nochmal deutlich macht, diese beiden hätten möglicherweise in Straßburg keine Überlebenschance gehabt. Wir haben ihnen die jetzt geboten und sind jetzt da auf einem sehr guten Weg. Überhaupt das Thema Städtepartnerschaft, das Thema Nachbarschaft zu Frankreich zahlt sich in beide Richtungen aus. Wir haben im Laufe der Woche eine Lieferung zusammengestellt für Nancy, weil wir dort dringend nach medizinischem Gerät gefragt wurden. Wir konnten jetzt keine Schutzkleidung, keine Masken liefern, aber Fieberthermometer und andere Kleinmaterialien. Und da ist eine Lieferung jetzt unterwegs. Auf der anderen Seite gibt es einen sehr aktiven Freundeskreis in der Region Nancy. Ein Freundeskreis, der ganz intensive Kontakte nach China unterhält. Über diesen Freundeskreis haben wir jetzt eine Lieferadresse bekommen. Und wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, können wir über diesen Kontakt auch nochmal zusätzlich mehrere 100.000 Schutzmasken für die Region möglicherweise bestellen und auch nächste Woche bekommen. Und da zeigt sich schon, was sich aus Städtepartnerschaften und auch der nachbarschaftlichen guten Zusammenarbeit auch Positives ergibt unter der Schwelle offizieller staatlicher Kontakte und Organisationsstrukturen. Für den sozialen Bereich konnte ich dem Gemeinderat vorschlagen, am Dienstag in einer unglaublich disziplinierten, aber auch sehr verantwortungsvollen Sitzung, dass wir hier den sozialen Trägern, dass wir den Kindertageseltern, dass wir den Tagespflegeeltern und vielen anderen Strukturen eine Überbrückung bis Ende April auf verschiedenen Wegen zur Verfügung stellen, damit nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Kurzarbeit oder in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, die dann am Ende des Monats vielleicht schwer wieder zurückzubekommen sind oder sich gegebenenfalls umorientieren oder in eigene Notlage geraten. Wir wollen das soziale System, aber wir wollen auch unsere Kulturlandschaft erhalten und sie durch fünf Wochen Schließung jetzt nicht in eine Schieflage bringen lassen. Ganz stolz bin ich auch darauf, wir haben vor genau zehn Tagen die Bürgerdienste alle auf Einschlag runterfahren müssen, weil wir geradezu überlaufen worden sind an manchen Stellen. Jetzt haben wir sie nach zehn Tagen schrittweise wieder öffnen können und ab Montag, Dienstag, also genau zwei Wochen nach der Schließung, so wie ich es angekündigt habe, können wir alle Service wieder aufnehmen. Allerdings empfiehlt sich da eine vorherige telefonische Absprache und eine Klärung der Notwendigkeit, denn alle Quantitäten werden wir nicht von Anfang an wieder hochfahren können. Auch ein Stück weit aus Überlastungsgründen und weil wir die Hygienevorstellungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht sichern konnten, mussten wir die Müllabfuhr einschränken und auch die Wertstoffhöfe schließen. Hier kann ich mitteilen, dass wir ab Montag den 30. jetzt an sechs festen Plätzen in der Stadt von 11 bis 16 Uhr anbieten, dass man die Wertstoffe dort vorbeibringen kann und dort verbringen kann. Und eine Woche später wollen wir dann auch einige der Wertstoffhöfe wieder öffnen. Wir versuchen, das mit dem Landkreis zu koordinieren, denn beim letzten Mal war nicht nur ein Problem, dass bei uns viele Menschen aus Karlsruher Stadt auf die Wertstoffhöfe kamen, sondern durch die geschlossenen Wertstoffhöfe im Landkreis sind die alle zu uns gefahren und dann war das einfach auch infektionstechnisch überhaupt nicht mehr zu regeln. Beim Thema Masken fällt mir noch die starke Unterstützung aus der Wirtschaft ein, auch aus dem Einzelhandel. So haben wir einen Rundruf gestartet. Die erste Bürgermeisterin hat etwa bei Miro erwirkt, dass die uns noch mit 1000 Spezialmasken ausgeholfen haben. Auch diesen Appell kann ich einfach nochmal an alle richten. Wer immer noch über seine Firma, über seine Institutionen, über Schutzkleidung oder Masken verfügt, soll die doch bitte hier der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Und im öffentlichen Nahverkehr gab es die Rückmeldung, dass es zu Zeiten hohen Aufkommens doch zu etwas eng besetzten Stadtbahnzügen gekommen ist. Da haben wir jetzt wieder verstärkt. Wir werden allerdings ab nächsten Montag konsequent auf den AVG-Linien, um auf etwa den halben Takt, der üblicherweise üblich ist, also von 10 Minuten gehen wir auf den 20 Minuten, von 20 Minuten auf den 40 Minuten Takt umsteigen. Wir haben einen Wegbruch von 75 Prozent der Fahrgäste und darauf müssen wir uns auch betriebswirtschaftlich einstellen. Es werden aber alle Bahnen in den Doppeltraktionen fahren, sodass wir ausreichend Platz zur Verfügung stellen können, dass die Menschen sich weit genug entfernt voneinander dort in den Stadtbahnwagen aufhalten können. Die Polizeipräsenz im öffentlichen Raum, gerade auch in den Abend- und Nachtstunden, ist in den letzten Tagen deutlich erhöht worden, weil durch die vielen Menschen, die zu Hause bleiben, entsteht natürlich ein gewisses Unsicherheitsgefühl. Dem konnte begegnet werden. Eine Steigerung von irgendwelchen Vorfällen haben wir bisher noch nicht beobachten können. Da ist im Moment alles safe. Und ich möchte noch mal ausdrücklich auf die Web-Infos der Kammern des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg hinweisen. Da werden ja die ersten Rettungsschirme nicht nur aufgespannt, sondern man kann sich auch unter sie begeben. Da gibt es viele Anfragen und kann nur ermuntern, dass alle Gewerbetreibenden, alle Selbstständigen, alle Freelancer, alle die, die gerade im Moment davon so heftig betroffen sind, sich hier auch melden und ihre Anträge stellen. Ganz besonders bemerkenswert finde ich die Plattform unseres lokalen Einzelhandels. Über 100 Geschäfte stellen dort ihre Produkte ein, sind bereit, dass man darüber dann bestellen und auch über unsere Fahrradkuriere kostenlos die ausgeliefert bekommt. Ich möchte da einfach um Verständnis bitten. Das ist jetzt nicht jahrelanges Einüben wie bei Amazon. Da muss man auch mal zweimal ranklicken. Da läuft auch mal auf den ersten Moment nicht alles so furchtbar rund. Aber es ist eine super Chance, dass wir unseren lokalen Einzelhandel diese schwierige Phase überleben helfen und gleichzeitig, glaube ich, sehr zeitnah und auch sehr fundiert vernünftige Produkte geliefert bekommen. Und deswegen an alle wirklich den Appell, dieses Instrument für sich selber auch zu nutzen. Und dann gibt es die vielen unendlichen Initiativen in der Bürgerschaft. Das gemeinsame Balkonkonzert oder den Zaun, an dem man Dinge hängt, die dann andere, die sie dringend brauchen können, dann wegnehmen. Wir haben eine Tafel, die wieder eröffnet hat, ein wunderbares Signal. Und über allem steht der Appell, weiter den Abstand zu wahren, die Hygieneregeln einzuhalten. Ich bin mir sicher, dass alle diese Maßnahmen dazu führen, dass die Infektionsquote sich verlangsamt, dass wir damit dann auch das Gesundheitswesen so mitentwickeln können, dass wir der Sache Herr werden und hier weder italienische noch elsässische Verhältnisse bekommen. Aber es hängt weiter vor allem auch von unserem eigenen Verhalten ab. Und dazu möchte ich alle noch mal ganz herzlich auffordern.